Nein. Geil. Danke! Also es hört sich alles sehr sehr freundlich an, dass wir haben... Was ist denn das? Block verschieben oder Block drücken? Nein, das ist dieses mit dem Laser, aber du solltest vielleicht wieder anmoderieren. So, meine Damen und Herren, wir kommen wieder zurück. Zurück zu meinen anderen Folgen. Von Portal 2 wieder mal mit Enderman und mehr. Der Männersport, den berühmten Männersport. Wir haben heute... Guck mal, wir müssen irgendwo durchspringen und rein und dann wieder Schwung holen. Ich bin... Das mag ich übelst. Das finde ich richtig geist, wie es ganz alles. Jupp. Und nein, wir haben... Stell dir vor... Schlusswaffen, ja. ...muss das da machen und dann springen muss mit so diesem Springer. Vielleicht... Vielleicht kommt das ja noch. Das ist ja mega cool. Oh! Achso. Fuck. Fuck. So, zuerst das hier. Oh, das war falsch. Ne, wozu ist der Knopf hier da? Welcher? Der hier. Da unten. Ah, wir da unten. Aber was ist das? Wir müssen ja scheinbar hin. Ja, da kann man doch einfach hinschießen, um hinzukommen, oder? Oh, das ist ja nicht gut. Oh, das ist ja nicht gut. Fire in the hole. Also, wir haben da oben noch was. Wieso? Geht? Oh. Also, wir haben da noch was. Ah, drüben haben wir noch was? Dasarsch mich doch nicht. Ah, ok. Ok, da unten kommt dieser Dings rein. Da unten ist dann dieser... Der Wix. Der Q. Der Q ist da unten. Oh, ich hab ne Idee. Ah, ich hab ne Idee. Ah, ich hab ne Idee. Krass. Alter. Mann ich wollte gerade ein cube holen nein wir brauchen ein cube wo meine cube du musst kurz wieder zurück ich habe viel Spaß beim sterben nicht wahr schieß gegen die Wand los sonst bombardiere ich dein Leben Herr Osa und wenn wir weg das die wachlos jetzt bin muss da stehst du was du machen musst nein du musst da unten längst von dir da da schätze ich oder da und da muss ich den Block im Euro ausrichten und sich die Leute gekriegt ach ja das wäre die Möglichkeit wert geben wird es kann es mal so ein letzter Ort manches Kürzfeld am online kommt und wird mir ist nicht dass da ich jetzt naja das geht ja gar nicht ach so dass er das Ding das ist das habe ich schon gesehen na gut dann geht sie zurück und ich kann mich selber retten ist mir gerade aufgefallen hallo hi ok die Logik dahinter ist schon gut das ist schon richtig wir brauchen noch den cube hier also runterspringen bringt bestimmt ne können wir ja auch nicht oh das hab hier zu weit ach du scheiße das war zu weit ja da kann ich da nichts für sollen die jetzt sterben scheiße oh knapp das ist jetzt früher machen müssen die Portale das mache ich es tschüss oh ich bin zu weit ja du darfst keinen vollen Sprung das habe ich gerade eben gemacht aber da war es wohl gerade nicht da ne ne ich habe mich auch verpasst ich war tot aber ich glaube die Logik dahinter ist schon gut ein Acquipment aber man muss genau treffen ich nehme die Acquipments der hat schon kein Bock mehr oh ey wir haben doch die Logik dahinter jetzt kommen zu viel Portal heute das funktioniert sogar guck mal mhm tschüss was aaaah 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 ja das funktioniert nicht ach scheiße aber ganz knapp ja das kann nicht funktionieren warum nicht ist da hat doch fast den Schwung gehabt ja was macht das jetzt für einen Unterschied da war knapp es war das gleiche aaaah 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 das ist verstanden aufgete los kommt aber nicht dran kommt sich dran so eine flauwe weißt du das hey ich hab das muss auch ansteht halt drauf ist habe ich dran geschossen bist du eine flauwe du kommst aber nicht dran weil es zu weit weg ist nein du musst ihn doch ich ja ich weiß jetzt was ich hab nur deine Ansage gemacht so und das ist tot sterben es so n n das sind das nicht so so wo es so anstieg die so und ja ach scheiße war falsch ich hätte noch er hätte ich hätte das er wurde noch weg machen müssen was ja ich hätte das rote noch hier drüben hin machen müssen das habe ich gerade vergessen ja klar weil du hin und her fliegst und dann immer wieder den Laser hin und her schießt weißt du ah krass das habe ich glaube ich so weit habe ich noch nicht gedacht das habe ich gerade vergessen so so weit war er so weit reicht mein Denkvermögen noch nicht das habe ich schon gemerkt so gedrückt ähm ich treffe nicht Achtung einen habe ich getroffen ja ich hab sie das waren glaube ich alle naja und jetzt die Frage aller Fragen hi wie sollen wir denn darüber kommen ähm darum kümmern wir uns jetzt also wir haben schon pfff was denn was du idiot mach mal bitte dein gelbes da super dann muss kommst du da ran ach da oben ist noch ähm mach einfach da würde ich rankommen ja mach doch nee warte mal warte mal warte mal ich weiß wie ich weiß wie so und so ach was ja muss das mal gerade logisch überlegen jetzt kommen eigentlich hättest du es glaube ich auch selber machen können oder ne da ist doch diese wand da also die helfe ich echt nicht mehr aber guck mal ich krieg das selber hin achso nee geradeaus geht es nicht okay ja ich hab doch gesagt da ist ne wand ja aber ich hab das ganz vergessen das geradeaus müssen wir ja hey hey du musst um die ecke springen halt dein maul so seid ihr auch schon so aufgeregt nein nach diesem hier folgt nur noch ein Test ich weiß eure Kerne entstammen Taschenrechnern geeignet für simple mathematische Aufgaben und nicht für Tests doch wenn wir die Menschen retten können dann lasse ich euch etwas addieren wer weiß vielleicht sogar subtrahieren die macht uns scherze so okay gut ähm ja jetzt schauen wir mal auf die Uhr schauen wollen wir beenden oder wollen wir nicht beenden das ist ja die Frage aller Fragen ich würde mal sagen wir sehen uns im nächsten Part wieder wenn euch der ganze Part gefallen hat gibt nur noch einen da wenn ich einen da unten schreibt mir in die Kommentare wenn ihr davon sehen wollt oder auch nicht dann bis zum nächsten Mal sagt ein Mann ist auf der Welt und ein Mann tschau 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 Vielen Dank.